Wir haben hier den Bifnash Autotuner Byteshooter Insuric Mac Pro Flex, Cas V2, habt ihr gesehen, ich habe gesabbert. Maxis Diagnosegeräte und jetzt fangen wir mal an und erzählen euch ein bisschen darüber. So, einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es um ein sehr brasantes Thema und zwar Chip Tuning Tools. Ich habe euch ja gesagt, ich werde euch mal ein Video machen über die Tools. Jetzt haben wir die Zeit ein bisschen, weil Corona ist und es ist eh überall ein bisschen weniger los. Von daher habe ich mir gedacht, komm Paul, lass uns da mal ein Video machen und heute erkläre ich euch mal ein bisschen was über Tools. Wir werden mal anfangen, welches das erste Tool war, mit dem ich gearbeitet habe. Ich zeige euch die verschiedenen Tools und dann zeige ich euch mein Fazit, welches Tool am besten ist für den heutigen Anfänger. Also nicht, wo damals, also ich habe im Jahr 2000 damit angefangen, ja, da sind viele von euch noch nicht mal geboren, ja. Und welches Tool ich heute kaufen würde, wenn ich heute mit dem Chip Tuning anfangen würde. Also, das erste Tool, mit dem ich gearbeitet habe, das habe ich jetzt hier gar nicht, ja, weil das ist im Container eingelagert, verstaubt. Und zwar heißt das Ding, GALEP, GALEP, GALEP 4, glaube ich, war es, ja, GALEP. Und zwar ist der GALEP ein Programmiergerät, ja, wir blenden da jetzt mal ein Bild an von dem GALEP, so sieht das Ding aus, jetzt schaut mal, so, das ist der GALEP. Das ist ein Programmierer, wo du praktisch, ich meine, ich habe angefangen im 2000 und es war so, da war nichts mit OBD ran, Kabelchen an Steuergerät, da musstest du löten, ja, so, das heißt, erst mal mit einem Heißluftfüllen praktisch, alles heiß machen, das EPROM raus, ja. Und dann hast du das in den GALEP gesteckt und dann musstest du erst mal auslesen, ja, dann hast du es ausgelesen, hast die Datei gehabt und bevor du programmieren konntest, damals die Bausteine waren so gebaut, dass die meisten in der Mitte so einen silbernen Sticker hatten. Das seht ihr jetzt, so sahen die aus, ja, ich glaube 32 Füßchen oder sowas, ach, das ist alles zu lang her, ja. Und ich weiß noch, die Dateigröße auf so einem Ding waren 32 KB, ja, da war also überhaupt nicht viel drauf. Das war so, da war ein Zündwinkelkennfeld, Drehzahlbegrenzer und vielleicht eine VMAX oder irgendwas, ja, so wirklich, da war wirklich fast nichts drauf. Wenn du vergleichst, heutzutage, heute hast du 8 MB auf so einem Ding, ja. Die Rechenleistung, oh mein Gott, die ist besser wie in manchen Computern, die ihr daheim stehen habt. So, auf jeden Fall war dann da so ein silberner Sticker drauf und dann musstest du erstmal den Silbersticker abziehen, dann hast du da ein Fensterchen gehabt, ja. Da waren Fensterchen, dann hast du einen Baustein genommen, hast ihn in, äh, was war denn das? Nicht Infrarot. Was war denn das, Mensch? So Blaulicht, ja, so Blaulichtgerät. Da gab es so Geräte, die haben so Blaulicht gemacht und die haben praktisch, wenn du das da reingeschoben hast für 4, 5 Minuten, dann war das Ding gelöscht, da war einfach nichts mehr drauf, ja. Dann hast du den Sticker wieder drauf gemacht, hast die Datei modifiziert mit Win-OLS damals schon, ja. Das Win-OLS ist das erste Chip-Tuning-Programm, ähm, wo ich kenne, mit dem man die Datei umschreiben konnte. Ich arbeite bis heute mit Win-OLS, ja, und, ähm, das ist für mich einfach das Beste auf dem Markt, was es gibt. Ja, es gibt, äh, andere, ähm, Hersteller auch, wo dir dann die Maps alles da voraussagen und so, aber das ist alles, klumbug, nicht gut, Paul, ne. Weil da sind die Kennfelder meistens falsch und so, also, wie gesagt, ist ja egal, jeder kann mit dem arbeiten, was will, das ist meine Meinung. Und auf jeden Fall hast du dann das wieder bespielt und dann hast du das Ding wieder reingemacht, reingelötet und dann ging's weiter, so, das war der Geile. So, das erste Tool, mit dem ich gearbeitet hab, wo du die Autos über OBD machen konntest, ja, das zeige ich euch jetzt, der Byte-Shooter, ja, der Byte-Shooter, ja, der Byte-Shooter war das erste Tool, das, das ich weiß, wo, wo Autos über OBD machen konnte, äh, und auch, äh, andere Steuergeräte über Boot-Modus, wo du einfach, ähm, nicht mehr löten musstest, sondern da waren ja früher so Bausteine, so, äh, 400 BB oder 800 BB Bausteine drin und die konntest du dann booten mit dem Byte-Shooter. Ein sehr, sehr gutes Tool, ja. Und da kommen wir jetzt eigentlich schon zur nächsten Frage, wisst ihr, ich hab manchmal Kunden, die kommen dann und sagen, ja, Mensch, Jimmy, weißt du, ähm, bei dir kostet das Chip-Tuning, ähm, 7, 800 Euro und, ja, dort krieg ich's für 300 oder 250 Euro, dann hab ich, äh, ich sag einfach nur, dann, dann musst du zu ihm gehen, ja, weil, ich mein, ähm, wenn du vorne immer mit dabei sein willst, dann brauchst du alle Tools. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, schaut euch mal hier die ganzen Koffer an, ja, das sind alles Tools, ja, das kostet alles Geld, man zahlt immer jährliche Updates für die Tools, ja, und wenn ich jetzt so rechnen müsste, also Byte-Shooter, 5000, hier Byte-Shooter Next Generation, 4000, Autotuner, 5000, B-Flash, 5000, K-Tag, 5000, Mac Pro, ne, sich 2000, Insuric ist da, ja, wir haben den Kes V2, wir haben ein sehr, sehr gutes Tool, was sehr viel kann, was andere nicht können, ähm, das Flex von, äh, Magic Motorsport, ja, und, Leute, das kostet alles Geld, ja, da kann man nicht einfach dann ein Chip-Tuning für 200 Euro raushauen, wenn einer zu mir kommt und das sagt, zu dem sage ich, weißt du was, komm, lass stecken, wir gehen Mittagessen, ich lade dich ein zum Mittagessen, dann fährst du wieder heim, ja, ist einfach so. Aber klar, der Hannes oder Johannes oder wie sie auch immer alle heißen, ja, der dann alleine nur ein Gerät hat, wo er sich gekauft hat für 3000 Euro, ja, ähm, keine Mietkosten hat, alles von zu Hause aus macht, der kann euch natürlich das Zeug für 42 Euro verkaufen, ja, wenn dann aber was kaputt geht, ist halt die Frage, wie, wie, wie ihr dann reagiert, ob er in der Lage ist, euch dann auch zu helfen, ja. Am besten, ich hole jetzt kurz meinen Laptop, dann schießen wir den Byteshooter an, dass ihr auch mal seht, wie die ganzen Oberflächen aussehen. So, Moment. Wir haben jetzt hier den Byteshooter und so sieht, äh, das Ganze aus auf dem Laptop, ja, ähm, also ziemlich einfach eigentlich alles erklärt, ja, ähm, du kannst da runterfahren, die ganzen Autos, die der Byteshooter hier drin hat und natürlich war der Byteshooter eigentlich am besten mit der Toolbox, ja, Toolbox, ähm, das ist dieses Boot, ja, da hast du dann, äh, die ganzen Prozessoren, die du auswählen konntest und da war der Byteshooter eigentlich unschlagbar, ja, also, ähm, alles prima. Du hast dann praktisch, ähm, Bilder noch dazu bekommen, wie du was anschließen musst. Das war damals halt noch nicht so ausgereift, wo ich sagen muss, du hast dann deine Ordner gehabt mit den Bildern. Ich zeige euch das mal. Da hast du dann hier vom Byteshooter praktisch so einen Ordner bekommen, wo die ganzen Hersteller drin waren, zum Beispiel AMG, und da waren da halt die ganzen Bilder drin, ne, wo alles beschrieben war. Hier, Pinbelegung und alles, Bootpin, wurde alles, äh, gezeigt, wie man was alles anschließen muss und das für den jeweiligen Hersteller. Das war ein bisschen umständlich, äh, die Geräte heutzutage, seht ihr nachher, ist es so, dass du einfach auf Help klickst, das Ding macht dir ein Bild auf und du weißt, wie, wo, was du anschließen musst, ja. Heute benutze ich das Ding eigentlich kaum noch, wo ich den heute noch benutze, ist für die, äh, Boot, zum Beispiel, ME75, da gibt es aber auch ein anderes gutes Gerät, ähm, das K-Tag, das kann das auch sehr gut und, ja, dann kommen wir weiter zum nächsten Gerät, ja, das CMD, ja, CMD-Flash, ähm, Preis-Leistung, sag ich mal, für damalige Verhältnisse, okay, das, was es kann und, äh, so stabil, wie es eigentlich läuft, ist auch sehr gut, ja, ähm, das CMD, ähm, ist sehr gut, auch was, was Boot angeht, Trikot in dem ganzen Sektor, ähm, einzigsten Nachteil, wo ich sag, ähm, ähm, Funktionalität, top, ja, ähm, aber Bedienerfreundlichkeit, und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, der Byte-Shooter, was erste Gerät, ja, und dann, dann seht ihr schon, wie das hier alles gestaltet ist, ja, und dann kommt das CMD, zwei, drei Jahre später, ja, und bis heute, also ich zeige euch jetzt den neuesten Stand, und wir sind heute in 2021, ja, bis heute muss ich euch sagen, dass die Benutzeroberfläche mich einfach an, an, an Atari 1981 erinnert, ja, was einfach, meiner Meinung nach, echt, ähm, nicht schön gemacht ist, hier, schaut euch mal an, da habt ihr dann jetzt praktisch, ähm, wo ihr das Auto auswählen könnt, ja, da habt ihr dann die ganzen Fahrzeuge, wo ihr so auswählt, ja, ich hätte das alles anders gestaltet, seht ihr nachher, wie es eigentlich perfekt ist, ja, bei einem anderen Tool, zeige ich euch dann, und da hast du halt auch hier die ganzen Möglichkeiten, die neuen Autos Bench MG1, ja, wenn du jetzt zum Beispiel, was sehe ich, ein Lamborghini hast, dann hast du hier die MG1, kannst du hier auf OK klicken, ja, und hier unten praktisch auf Help, dann wird dir da praktisch direkt eine Seite aufgemacht, wobei die auf dem Server liegt, und hier die ganze Beschreibung praktisch ist, wie, was du anschließen musst, gell, so, hier haben wir von Alien Tech, Cas V2, ähm, auch ein sehr, sehr schönes, stabiles Tool, ja, und, was ihr wissen müsst, ich, wir, wir, wir Tuner, die wirklich viel machen, wir fragen uns immer, ja, was für ein Tool kaufen wir uns, und, und, äh, was wollen wir jetzt nehmen, also ich sag immer, am besten ist, man hat so viele wie möglich, weil du dann immer gewährleisten kannst, dass du immer, äh, mit vorne dabei bist, weil, wenn neue Autos rauskommen, dauert es immer eine gewisse Zeit, bis die Toolhersteller das, äh, alles haben, damit es funktioniert, das Lesen und das Schreiben vom Auto, ja, so, das ist das Tool, ihr seht, das ist die K-Suite, da gibt es das Cas V2 und den K-Tag, K-Tag ist das große Gerät hier, das wird benutzt praktisch für, für, für viel, für Boot, für Sachen, die über Obedien nicht funktionieren, was der natürlich auch kann, ist zum Beispiel Lamborghini Avantador, ja, das kann, kein anderes Tool von denen, ja, also, wie gesagt, der Cas kann das, ja, ähm, und dann hast du hier Cas V2, klickst du drauf und dann kannst du hier, also das ist echt, ähm, jetzt erst Update gekommen, vor kurzer Zeit, wo dann die Oberfläche so ausschaut, da kannst du hier auswählen, was du hast, Auto, Motorrad, LKW, Traktor, Boote, ja, ich bleib mal lieber nur bei Auto, ja, Fahrzeugliste wird geladen, so, und hier ist jetzt so, da hast du auch jetzt deine ganzen Marke, ja, also die ganzen Hersteller, jetzt, wenn man zum Beispiel BMW, dann, ähm, welche Serie, kannst du hier alles auswählen, also, musst echt viel, viel klicken eigentlich, bis du dann am Ziel bist, ja, ähm, und dann klickst du hier drauf, auf OK, und dann hast du die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, K-Line kennen, das heißt, das ist alles OBD, ja, hier hat man, ähm, das Büchlein, wo alles noch beschrieben ist, von daher, funktioniert, sehr stabil auf jeden Fall, also ich muss euch sagen, mit dem CMD habe ich in der Laufbahn, tippe ich mal so um die 5, 6 Steuergeräte platt gemacht, ja, das heißt, der hat programmiert, und dann war einfach Schluss, abgebrochen, und Steuergerät war hinüber. Mit dem Byteshooter ist das auch ab und zu passiert, ja, ähm, ich muss euch sagen, mit dem Cas ist mir das noch nie passiert, also, ähm, das ist wirklich eins der stabilsten, glaube ich, Geräte, wo wirklich perfekt alles macht, ja, die, die Protokolle sind halt anders geschrieben, und, ähm, von der, von der Stabilität, und, ähm, dass da keine Fehler passieren, beim Programmieren, finde ich das hier mit eins der besten Tools, auf jeden Fall, ja, ähm, aber, wie gesagt, man muss wirklich, man, a, dauert es lange, bis das Programm öffnet, dann, dann lädt es, dann musst du viel klicken, bis du an dein Auto kommst, ja, musst viel auswählen, ja, aber die Funktionalität, top. Dann haben wir hier, nochmal ein Byteshooter, das ist Byteshooter Next Generation, ja, das heißt, es ist eine erneuerte Version vom Byteshooter, ja, natürlich Master, ja, und ich muss euch sagen, wie ihr seht, ich noch alles eingepackt, das Ding mal gekauft, aber leider, noch nie benutzt, ja, ähm, deswegen kann ich euch auch da nicht zu viel sagen, ja, dann, haben wir, Mac Pro 2, ja, das ist auch von Magic Motorsport, das gibt es, glaube ich, so nicht mehr zu kaufen, weil das wurde ersetzt durch das Flex, ja, das Flex ist ein sehr geniales Tool, und ich muss euch sagen, die Tools, die, die kaufen man, also, den, äh, Mac Pro 2, habe ich damals gekauft, weil, ähm, das Magic Motorsport einfach, die Nummer 1 ist, meiner Meinung nach, was Getriebe angeht, ja, also, die können wirklich Getriebe programmieren, wo andere nicht können, ja, mit dem Flex jetzt, ich, ich habe jetzt zum Beispiel, das Flex nur gekauft, weil ich wusste, mit dem Flex kann ich das, äh, Porsche 911.1.2 PDK Getriebe programmieren, ja, dann habe ich das gekauft, die können das ja schon lange mit dem Ding, und jetzt kann das CMD, das Getriebe ja auch, seit, seit einer kurzer Zeit, die haben auch ein Update gekriegt, wo auch über OBD alles funktioniert, aber, beim CMD hast du einen Nachteil, wenn du ein Fahrzeug hast, das ein Software-Update gekriegt hat, oder sowas aufs Getriebe, ist es so, wenn die das nicht online haben, auf dem Server, dann sagt das CMD, File Not Found, und ich muss euch sagen, beim CMD passiert mir sehr, sehr oft, dass da steht, File Not Found. File Not Found bedeutet, dass die einfach die Originaldatei nicht auf dem Server haben, ja, so, das Flex dagegen, du schließt das Steuergerät an, also du baust das Getriebe aus, schließt an, und liest direkt das Steuergerät, ja, das heißt, da kann nicht stehen, File Not Found, weil du wirklich direkt das Getriebe-Steuergerät ausliest, deswegen haben wir uns das Flex auch zugelegt, und es ist immer so, das eine Tool kann das mehr, das andere Tool kann das mehr, es ist immer die Frage, ihr müsst wissen, okay, was für Fahrzeuge will ich machen, was sind die meisten Fahrzeuge, die ich mache, und dann kann man da entscheiden, für welches Tool man sich für den Anfang entscheiden, weil klar, aller Anfang ist schwer, man weiß nie, wie es losgeht, ich weiß noch, wo ich angefangen habe, 2008 dann selber, habe ich auch nur den Byte-Shooter und das CMD gehabt, ja, die anderen Tools hatte ich alle nicht, ja, weil viele davon gab es auch damals nicht, ja, das Flex gab es nicht, den B-Flash gab es nicht, und Autotuner gab es auch nicht, ja, und von daher, wenn man da gut unterwegs ist, sollte man sich so viel wie möglich zulegen, ja, so kam das dann zugeschickt, ja, also ein Wirrwarr an Kabelsalat, Verpackung muss ich sagen, man zahlt da wieder auch so um die 5000 Euro, ja, mit allen Adaptern und für Boot und alles, und für FXX-Kabel, und dann kommt das einfach in so einen billigen Kofferliff für 2 Euro, das ist ein bisschen traurig, also das sollte schon anders eingepackt sein, finde ich, ja, das ist nämlich das X17-Modul, und da gab es auch noch, das haben wir natürlich auch, die X17, und da gab es auch noch den TCU, praktisch, wo nur Getriebe gemacht hat, haben wir auch alles da, ein ganz altes Tool, ist das Freeling, ja, Freeling, zum Freeling muss ich sagen, Freeling ist aus Israel, und Freeling-Tool, habe ich mir gekauft, das war 2008, oder 2009, ja, doch, nee, halt, doch 2008 habe ich mir das gekauft, und zwar war Freeling das erste Tool, was die N54 BMWs machen konnte, also die ganzen 335i N54, war Freeling das einzigste Tool, wo die Autos machen konnte, und nur deswegen hat man sich das dann gekauft, das Freeling, ja, und, wie gesagt, Support war katastrophal, ja, Funktionalität war top, ja, hat alles funktioniert, ohne Probleme, aber wenn du irgendwie Fragen hattest, irgendwas, war eine Katastrophe, ja, und auch heute würde ich keinem dieses Tool empfehlen, ja, weil einfach der Support nicht da ist, und, in meinen Augen gibt es da bessere Dinger, ja, wie gesagt, Freeling nur gekauft für 335i, sonst, wenn du das nicht konntest, hätte ich das Tool ja nie gekauft, und es war so, dann hast du für das kleine Ding hier, glaube ich, 800, 900 Euro gezahlt, für ein bisschen Plastik, ja, hier bist du selber, und dann musste man da die einzelnen Protokolle kaufen, das heißt, ich will Siemens MSD 80, war das ja damals, Protokoll kaufen, dann muss ich 2000 Euro bezahlen, dann konnte der zum Beispiel auch die EMI 9, die ganzen VHG, ja, ich will EMI 9 VHG auch machen, dann muss ich da nochmal 2000 Euro zahlen, also, wenn du dann das Ding geholt hast von dem, ja, und alle Protokolle geholt hast, will ich gar nicht wissen, was das Ding dann gekostet hat im Endeffekt, wo der Service und der Support einfach furchtbar war. Meine Erfahrung, vielleicht habt ihr eine andere, das war meine Erfahrung. Das Flex habe ich jetzt seit einem halben Jahr ungefähr, auch sehr cool gemacht, und sehr, sehr stabil vor allem, wie gesagt, im Getriebesektor sind die halt echt, echt top, das Magic, ja, und ich würde es nur Leuten empfehlen, die auch sehr viel Getriebesoftware machen, ja, sonst braucht man das eigentlich weniger, kaufen kann, und, ja, so, ihr habt Fragen gestellt, ich beantworte sie jetzt, Paul haut jetzt ein paar Fragen raus, und dann gucken wir mal, also Paul, schieß los, fang mal an, der Volkan fragt Full Backup über KeyTag, einspielbarer über andere Tools? Ja, Volkan, also ich sag mal so, jedes Tool macht das Backup anders, das heißt, wenn ich ein Full Backup habe über KeyTag, kann ich das nicht mit dem Autotuner oder B-Flash reinspielen, weil die halt anders alles abspeichern, das heißt, das Full Backup, praktisch ein Klon vom Steuergerät, solltest du immer auch mit dem gleichen Tool wieder programmieren. emrlbc fragt, mit was flashst du die ganzen PTK-Getriebe? Ja, die ganzen PTK-Getriebe, habe ich euch ja gesagt, Flex, das beste Tool, ja, weil du halt direkt am Steuergerät lesen kannst, aber das CMD kann ja jetzt auch die PTKs machen, Virtual Read, das heißt aber, wenn das File zu neu ist, wenn das File nicht auf dem Server bei denen ist, kannst du es nicht machen, also, entweder CMD oder Flex. Gim5 fragt, kann man mit Slave Tools PP Performance Partner werden beziehungsweise zusammenarbeiten? Ja, also, zusammenarbeiten, in dem Fall von Files kaufen, ja, allerdings, müsste man da eine E-Mail zu uns schicken und dann ein persönliches Gespräch, ob es auch passt, weil ich bin so ein Mensch, wenn es bei mir menschlich nicht passt, dann wird es geschäftlich auch nicht passen. Biker Bisch fragt Meinung zu Winols, oder wie sagt man, Winols? Winols, Winols, der Paul, der Paul ist halt Marketing, der sagt halt Winols, das heißt, Winols, wenn du dich damit auskennst, gibt es einfach auf dem Markt nichts Besseres wie das Winols, ja, ich meine, klar, du ziehst das binäre File rein, dann siehst du diese Zahlen und so, ja, es ist schwierig, ich habe selber, ich weiß noch, 2000 wo ich angefangen habe, ich habe glaube ich drei Jahre gebraucht, um da überhaupt ein bisschen durchzublicken, ja, und ich habe mich damit fast jeden Tag beschäftigt, ja, mir wurde es auch dann gut beigebracht, ja, und es ist so, dass das Winols, man kann Sachen dazu kaufen, ja, wie zum Beispiel ein Arts4L, in der Beschreibungsdatei mit einem S19, wo man praktisch ins Winols reinladen kann, wo dann die ganzen Kennfelder beschrieben sind, ja, also professionelle Nutzung, Chip-Tuning, also jeder, wo wirklich selber schreibt und das professionell macht, hat Winols, der kommt nicht drum rum. Und Jäger fragte, was hältst du von Tuningboxen, also solche, die aussehen wie Steuergeräte? Ja, also ich sage mal so, Tuningboxen gibt es ja auch viele auf dem Markt, es war so, dass das auch gut funktionieren kann, ja, also ich selber habe auch Tuningboxen verwendet, gerade für Autos, wo wir keinen Zugriff haben, ja, das heißt, wenn jetzt ein Kunde kommt und ein Auto hat, wo wir nicht drauf kommen mit der Software, beziehungsweise wo wir nicht lesen und schreiben können, dann benutze ich natürlich auch Tuningboxen, ja, und meiner Meinung nach, so der Preis-Leistung, beste Boxen, die mir keine Probleme macht, wo ich weiß, dass es funktioniert, ist die DTE, ja, so DTE-Chip-Tuning, die machen meiner Meinung nach, so in Deutschland, die besten Boxen, ja. Wir haben wieder den S-N-A-N-R-Ein, der hat der Koin noch eine Frage gestellt, so, der fragt jetzt, was hältst du von ECM-Titanium? Also, ECM-Titanium ist ja von Alien Tech und es ist ja so ein Programm, wo du praktisch die Datei reinlädst und der dir dann die Kennfelder alle vorschlägt, beziehungsweise zeigt und wo du die dann dort ändern kannst. Es ist so, ich habe mir mal auch schicken lassen, ich habe auch dieses ECM-Titanium, weil es einfach für mich sehr einfach ist, bei den ganz alten Fahrzeugen eine Drehzahlbegrenze zu finden oder irgendwas, ja, und da benutzt du sowas, aber bei den neuen Autos oder allgemein, wenn man das ECM-Titanium benutzen möchte für Chiptioning, ist es so, dass, ich würde mal sagen, 15 bis 20 Prozent der Kennfelder, so wie sie dort angezeigt werden, nicht übereinstimmen mit der Wahrheit, ja, das heißt, das ECM-Titanium sagt dir zum Beispiel, okay, das ist das und das Kennfeld, dann machst du das und wenn ich mir aber das im Winoles anschaue, ja, dann ist es einfach nicht dieses Kennfeld, also da muss man vorsichtig sein. ZigR30 fragt, welches Tool würdest du empfehlen für VAG-Modelle bis Baujahr 2013? Also, VAG-Modelle bis Baujahr 2013 würde ich definitiv den Byteshooter nehmen. Acht, Leute, wir müssen unterbrechen, ich muss verschwinden, weil die Polizei kommt, die haben mich gesucht, weil ich zu schnell gefahren bin und jetzt muss ich schnell weg. So, was natürlich auch ganz wichtig ist, ich habe euch hier die ganze Zeit von den Tools erzählt, ihr braucht natürlich auch gute Laptops dazu, ja, und ich kann euch sagen, ich arbeite seit, und seit sieben, acht Jahren wirklich nur mit ThinkPad, ja, das ist mein neuestes jetzt hier, wo ich To Go habe, der ThinkPad X1 Carbon Generation 8, stimmt's? Ja, Generation 8, also ein ganz aktuelles Ding, was wichtig ist, auf jeden Fall, haut euch auch eine Karte rein, ja, dass ihr auch Internet habt, wenn ihr unterwegs seid, weil oft ist es so, wenn ihr dann flashen müsst, oder so, braucht ihr Internet Zugriff für die ganzen Uploads, Downloads, gerade von den Herstellern, von den Tools, und da ist immer Internet sehr wichtig, ja, sonst funktioniert das nicht, also, wenn ihr Laptop holt, holt euch einen mit Karte, dass ihr die Karte da reinmachen könnt, klar, mit dem Handy geht es auch, mit Hotspot und so, aber Hotspot, ja, ich, für mich, was immer ärgerlich, immer Hotspot an, dann hat es ewig gedauert, wie sich verbunden hat, deswegen Laptop mit Karte, wunderbar, Internet da, meine Empfehlung, Thinkpad X1, ein sehr leichtes Gerät, und sehr stabil, also, jetzt geht es weiter, so, und jetzt, äh, kommen wir, zu den Geräten, auf die ich mich gefreut habe, ja, weil, ähm, das sind die neuesten auf dem Markt, und meiner Meinung nach, von der Funktionalität her, auch die besten auf dem Markt, ja, ich würde anfangen mit B-Flash, so, das ist B-Flash, B-Flash, ähm, auch sehr stabil, arbeite ich sehr gern damit, ähm, vor allem, weil, äh, beim B-Flash, das war das erste Tool, was eigentlich so ein Allrounder war, und zwar, konntest du mit B-Flash, Locks machen, also, das heißt, du hast eine Diagnose drin, wo du, ähm, den Fehlerspeicher praktisch lesen und löschen kannst, bei, bei vielen Fahrzeugen, und, was eine ganz, ganz tolle Funktion ist, ist die Logging-Funktion, das heißt, ich kann Fahrzeuge loggen, mit dem Ding, und kann mir auch auswählen, okay, was möchte ich jetzt loggen, ähm, die ganzen, die ganzen Daten praktisch auswählen, ich zeige euch jetzt mal kurz die, die Benutzeroberfläche, so, das ist die Benutzeroberfläche, ja, ich kann hier entweder Programming machen, Measurement, Measurement sind praktisch die, die, äh, Logs, bei den Autos, dann habe ich hier eine Diagnose und File Management, File Management ist, weil ich habe ja ein Master, und, ähm, es gibt ja Slaves dann, die dann, äh, praktisch aufgemacht werden müssen, und so gemacht, so, bei Measurement, kann ich ein Measurement machen, oder anschauen, ja, und dann kann ich sogar, konvertieren auf CSV, ja, so, Review Measurement zum Beispiel, gehen wir mal kurz rein, ich habe da hier irgendwo ein Log, gucken wir mal, das sind jetzt, äh, so aufgezeichnete Messwerte von B-Flash, ähm, und, da hat man halt alles, ne, man kann alles mitloggen, alles auswählen, äh, und dann sehe ich halt hier alles, ja, Lambda Setpoint zum Beispiel, wie viel Lambda das Auto gerade fährt, bei, was für eine Drehzahl, ich, wir haben jetzt hier Lambda 0,82 zum Beispiel, ja, man sieht also wirklich sehr, sehr viele Sachen, Boost Pressure Setpoint, Boost Pressure Actual, ja, was, was für Druck wir fahren, wir sehen hier, zum Beispiel 1,14 Bar bei 6.800 Umdrehungen, und wirklich, also wirklich ein super geiles Tool, ja, gerade, weil man Locken, weil man Fehlerspeicher löschen kann, beim Programming, ist es so, es ist schon einfacher gemacht, und auch schöner gemacht, aber, jetzt komm mal her, ich zeige dir das jetzt nochmal, für, auch, wo ich hier wieder sagen muss, das B-Flash ist für Fortgeschritten, das sage ich mal, perfekt, ja, weil sie einfach Locken können, Fehlerspeicher, aber, wenn es jetzt natürlich neu bist, und du hast keine Ahnung vom Chip Tuning, und keine Ahnung von Steuergeräten, dann wird es ein bisschen schwierig, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Mercedes habe, ja, dann gehe ich hier auf Mercedes, ja, so, klick auf Mercedes, und was ich jetzt hier auswählen kann, ist einfach nur, Benziner und Diesel, so, und ich als Laie, weiß natürlich nicht, welches Steuergerät in welchem Mercedes verbaut ist, ja, ich habe ja hier verschiedene Steuergeräte, also, da wünsche ich mir vom B-Flash, dass sie das anders gestalten, dann könnte man das auch an die Laien verkaufen, also das ist das einzigste Manko an dem B-Flash, wo ich sage, nein, das ist für Neueinsteiger überhaupt nichts, ja, weil die halt einfach nicht wissen, welche Steuergeräte-Typen in welchem Auto verbaut sind, und es gibt natürlich noch Tools, die habe ich jetzt hier nicht draußen, wie das BDM100 von EVC, ja, das haben wir natürlich auch, das hat man ganz früher benutzt für die ganzen ME9-Steuergeräte, ja, da musste man den Deckel runter machen vom Steuergerät, dann hast du diese Pins gehabt, wo du drauf fährst, das ist ein sehr gutes Tool, ein sehr stabiles Tool, nur manchmal war es so, das war echt immer lustig, es gab teilweise Steuergeräte, die hast du gelesen, hast du dann programmiert mit dem BDM, und dann war Kommunikationsfehler, Abbruch und alles, und dann hieß es, okay, was machst du jetzt, und was wir dann gemacht haben ist, wir haben das Steuergerät einfach genommen, 15 Minuten ins Gefrierfach gesteckt, ja, alles runtergekühlt, nochmal drunter, und dann hast du reinprogrammiert, also, ein Gefrierfach hast du da ab und zu schon gebraucht, beim BDM 100. Kommen wir zu unserem letzten Gerät, das ich euch heute hier zeige, aber meiner Meinung nach, für mich, das beste Einsteigergerät, ja, also wirklich, es gibt momentan, für mich, auch für die neuen Fahrzeuge, nichts besseres, als Einsteigergerät, wie den Autotuner, ja, der Autotuner, sag ich euch, kostet als Slave, 2.900 Euro netto, ja, und ist, äh, von der Benutzerfreundlichkeit, meiner Meinung nach, die Nummer 1, seht ihr gleich, ich zeige es euch gleich, ja, von der Funktionalität, vergleich ich auch mit dem B-Flash, ja, weil du auch natürlich, loggen kannst mit dem Autotuner, ja, du kannst mit dem Autotuner loggen, kannst mit dem Autotuner Fehler löschen, was beim Autotuner, ähm, einfacher gemacht ist, dass, wenn du Logs machst, der wählt für dich automatisch alles aus, das er loggen kann, beim B-Flash hat er zwar ein paar Voreinstellungen, aber für die Sachen, die du dann wirklich haben willst, musst du dann noch wirklich anklicken, und wenn du dann wieder rausgehst, wieder reingehst, musst du die wieder anklicken, also du hast nicht die letzte gespeicherte Funktion beim B-Flash, du musst immer wieder die Sachen, wie zum Beispiel Zündwinkelrücknahme, ja, Zündwinkelrücknahme ist beim Benziner eigentlich das Wichtigste, ja, beim Automotor, was ich loggen will, und das ist beim B-Flash zum Beispiel nicht vorausgewählt, das heißt, ich muss immer, äh, ich habe die vorausgewählten Sachen, wie Drehzahl, Ansaugluft, Abgastemperatur und so Sachen, und Zündwinkelrücknahme muss ich immer separat extra anklicken, dauert 15 Sekunden länger, ja, aber trotzdem, es ist mühsam, ja, es wäre einfacher, wenn das einfach, äh, die Sachen, die du schon ausgewählt hast, dass du so eine Art, äh, äh, Fingerprint speichern kannst, dass er weiß, was er am nächsten ziehen soll, ja, das ist jetzt der Autotuner, wie ihr seht, sehr, sehr, schön verpackt im Koffer, wie euch schon sicher aufgefallen ist, ist es eigentlich der, identische Koffer wie der B-Flash, ja, nur von innen einfach ein bisschen anders gestaltet, ja, da kann man jetzt auch, sich drüber unterhalten, wer, wie, wo, was, von wem ist, ne, aber meiner Meinung nach, Autotuner, das beste Einsteigergerät, du kriegst diesen Koffer, ja, du kriegst die Kabel, du hast praktisch die Kabelchen für, für, für die ganzen neuen Steuergeräte, die du anpinnen musst und alles, also ist wirklich alles super geil beschrieben, ähm, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ding tut, machen wir mal auf das Ding, meiner Meinung nach, am einfachsten zu bedienen von den ganzen Tools, die es gibt, weil du einfach weißt, was zu tun ist, so, ich habe hier jetzt ECU-Operationen, das heißt, ich habe jetzt hier die ganzen Hersteller, ja, ich habe da hier noch einen Filter, wo ich alles eingeben kann, äh, welche Fahrzeuge ich machen will, brauche ich nicht, also, ihr könnt das alles immer anlassen, und dann sage ich zum Beispiel, okay, hör zu, du hast ein BMW, dann gehst du hier auf BMW, ja, und hier ist es toll gemacht, ja, also Hut ab, das ist geil gemacht, du hast hier die ganzen Hersteller drin stehen, also, wie ihr gesehen habt, beim B-Flash war das ja so, dass man das Motorsteuergerät auswählen musste, ja, selber, also, du musst es selber schon vorher wissen, was ist da für ein Motorsteuergerät verbaut, ja, also, das ist, ähm, nicht sehr schön, und hier hast du praktisch die ganzen Fahrzeuge, ja, die du dann auswählen kannst, ja, gehen wir mal zum Beispiel hier, X6M von 2015, der F86, ja, und hier sind die verschiedenen Steuergeräte, ja, 1728, 1728H, 172H, und alles, und dann kannst du, ähm, hier gehst du dann rein, und dann hast du praktisch deine, ähm, verschiedene Möglichkeiten, du kannst einmal am Tisch auslesen, ähm, mit dem Kabel, einmal Boot, Boot ist das Boot, und dann muss man das Steuergerät aufmachen, über OBD, dann hast du hier die DTC, praktisch kannst du Fehlerspeicher lesen und löschen, und Data Logs, ja, so, beim Bench klickst du drauf, so, jetzt öffnet sich hier so ein Fenster, klickst du hier, ist schon schön gemacht, in rot, Anweisungen, da klickst du drauf, zack, lädt, ja, dann macht er dir hier ein Bild auf, und sagt dir ganz genau, wie du das anpinnen musst, so, hier geht das Bild auf, dann hast du hier deine Kabel, Plus, Plus, Masse, Can Low, Can High, dann praktisch, äh, Passwort Reader 1 und 2, und mehr musst du da nicht anschließen, ja, funktioniert, tippi, toppi, und dann klickst du halt hier auf, ID, ist ju lesen, ist ju schreiben, ja, dann gibt es natürlich die Boot Version, da klickst du drauf, klickst du wieder auf Anweisungen, dann macht er dir wieder hier was Schönes auf, ja, also einmal wie du das anschließen musst, das Steuergerät, natürlich Pinbelegung ist gleich, und dann hast du hier, Schritt 2, wo du was setzen musst, L1, ja, kannst du hier die Bilder weiterklicken, also musst du einfach nur ein L1 setzen, also L1 bedeutet, da ist so ein Teil drin, wo du dann mit einer Spitze da drauf machst, und schon liest du über Boot, und klar, die ganz einfachste Lösung ist dann praktisch, ähm, über OBD, OBD, einfach OBD Stecker rein, und schon geht's los, ähm, hier bei den Datalogs zum Beispiel ist es so, man geht dann ins Auto rein, lockt alles, und dann zum Schluss, also, äh, ich muss sagen, äh, bei den Datalogs hier, vom Autotuner, ist es so, dass du maximal zwei Minuten aufzeichnen kannst, ja, aber zwei Minuten, sag ich dir, ist mehr als genug, ja, weil normalerweise, wenn du Locks machst, fängst du an, so ab dem ersten Gang, ziehst du durch, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, je nachdem, was du alles sehen willst, speicherst es ab, und, der Vorteil hier ist, ähm, wenn, wenn das der Slave macht, und ich als Master mich dann einlogge, auf meinem, äh, Autotuner, ähm, Plattform, ja, ähm, dann wird mir, ähm, das automatisch bei meinen Logs hier hochgeladen, ja, und ich sehe hier die ganzen Logs von meinen Slaves, jetzt zum Beispiel gestern hier haben wir ein RS3 gemacht, ja, und das wird automatisch dann schon da angezeigt, und dann kann ich hier praktisch die Sachen auswählen, die ich sehen will, hier haben wir jetzt zum Beispiel auf der linken Seite, kannst du anklicken, ähm, was du willst, was du nicht willst, okay, ich will, äh, Drehzahl, äh, Mass Airflow, Ladedruck, ähm, dann habe ich mein Lambda, dann habe ich mein Ignition, praktisch Zündung, dann ob er klingelt, und Zündwinkelrücknahme, und ich habe hier Ansacklufttemperatur, ähm, und, Trostklappenstellung, also ich, ich, nicht bei allen Autos kann man da loggen, aber bei sehr, sehr vielen Autos kann man loggen, und die Logs, die man da bekommt, die reichen eigentlich, ja, das heißt, ich kann jetzt hier dann, ähm, Linie rüberziehen, und dann sehe ich, okay, bei 5800 Umdrehungen, ähm, fährt das Auto 1,575 Bar, ja, mein Westgate Ansteuerung ist 76%, mein Lambda ist 0,80, Zündung fahre ich 13,5 Grad, Zündwinkelrücknahme 0, und, äh, Klopfendetekt auch 0, und meine, Gasperlerstellung, also Trostklappe ist voll auf, also wie gesagt, es ist sehr schön, ja, was halt direkt dann hochgeladen wird, äh, bei mir auf meine Plattform, wo ich dann praktisch Einsicht habe, und deswegen ist es ziemlich cool gemacht, ja, mein Fazit, was ich euch sagen kann, ist, für Anfänger, die anfangen wollen, oder die gerade so im Start sind, wo Chip-Fueling machen, ist der Auto-Tuner, nicht nur, weil er leicht bedienerfreundlich ist, die Nummer 1 für mich, sondern, großer Vorteil beim Auto-Tuner ist, ihr müsst hier, keine Updates bezahlen, das heißt, ihr kauft einen Auto-Tuner, und die Updates sind da dabei, das heißt, wenn die was Neues rausbringen, kriegt ihr das auch da, mit einem Software-Update, umsonst, bei den allen anderen Geräten, die man hat, zahlt man jedes Jahr bis zu 1.000 Euro Gebühr, praktisch ein Update, damit du die neuen Sachen nutzen kannst, damit du ihren Server benutzen kannst, und das hast du beim Auto-Tuner nicht, also, für mich, von allen Tools, und wie gesagt, das ist meine Meinung, ja, jeder hat seine eigene Meinung, ich habe auch hier kein Geld gekriegt von dem Auto-Tuner dafür, ihr kennt mich mittlerweile, ich spreche einfach frei Schnauze raus, für mich ist der Auto-Tuner von allen Tools, eins der Besten, ja, für Anfänger. Bedienerfreundlichkeit, super, keine Updates im Jahr, super, vom Preis her, 2,9 netto, super Preis, ja, und du kannst Fehler löschen, Datalogs machen, und natürlich sehr, sehr viele Steuergeräte programmieren, so, ja, das waren jetzt die, die Chip-Tuning-Geräte, natürlich haben wir ja auch noch andere Geräte, ja, ich mache jetzt mal hierzu, wer Chip-Tuning macht, und ein Gerät hat, wo du keine Diagnose machen kannst, beziehungsweise, zu dem Gerät, auch wenn es Fehler Speicher lesen, löschen kann, würde ich immer jemandem empfehlen, so ein, ein, ein universelles Diagnose-Gerät, ja, da gibt es meiner Meinung nach, zwei perfekte Geräte, ja, ich habe beide, das ist einmal der Launch, ja, sehr, sehr klein, das ist der X431 Pro 4, ja, das Ding ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre alt, oder so, und hier kannst du auch, ähm, Diagnose machen, Programmierungen, alles mögliche, ja, ähm, das Ding ist, sehr gut, ja, je nachdem, wo ihr es kauft, ist der, der Support auch sehr gut, aber wenn ihr so guckt, ähm, wird auf allen Geräten made in China stehen, ja, weil die Chinesen sind da sehr fit, was das angeht, von den ganzen Sachen, und mit dem hier könnt ihr praktisch, bei den, also europäische Fahrzeuge eigentlich alle, ja, außer McLaren, McLaren ist nicht drin, das müsst ihr mal rein machen, McLaren fehlt hier, wir haben McLaren fehlt auch beim Autel, ja, bei Maxis, da habe ich hier den Maxis Elite, ja, von Autel, kostet auch 5.000 Euro, ja, der Launch kostet 3.000 Euro, in halb bis vier, je nachdem, was für eine Ausführung, also seht ihr schon, da läppert sich schon was zusammen, bis man da alles hat, ne, hier zum Beispiel hast du auch die ganzen Autos, ne, und, ähm, du kannst hier auf Europa klicken, und dann hast du die ganzen Hersteller drin, ja, Ferrari, blablabla, Peugeot, alles, und du kannst da wirklich, also, den Autel, muss ich euch auch sagen, habe ich, nur geholt, ich habe wirklich, ich habe, ich habe sehr, sehr lange mit dem Launch immer gemacht, und den Autel habe ich nur geholt, weil er für Porsche, genial ist, ja, also mit dem Autel, kann ich mein PDK adaptieren, kann ich meine, äh, praktisch ganzen Adaptionen vom, vom Getriebe von Porsche, alle, ähm, durchfahren, und der Launch kann das leider nicht, ja, das sind so die, mankos, dann natürlich, klar, Star Diagnose, Originale, mit dem neuesten Update ist da, ja, ähm, Peewis 3 natürlich ist auch da, dann, ein sehr cooles Tool, das ist Insorik, ja, ähm, am Anfang habe ich mir gedacht, äh, Insorik funktioniert das, und zeigt das richtig an, und ich muss euch sagen, wenn man es richtig bedient, ist es Insorik, super genau, und super geil, ja, Vorteil hier ist, ich habe hier einen Insorik, ja, das kostet irgendwo um die 4000 Euro, ja, ähm, wenn ihr genau wissen wollt, was das kostet, da gibt es verschiedene Ausführungen, da geht ihr am besten bei, äh, Insorik auf die Seite, und könnt da mal nachschauen, ähm, Nachteil hier, wenn es draußen Schnee hat, und wirklich du nicht fahren kannst, dann kannst du auch keine Messung machen, ja, sonst kannst du eigentlich immer eine Messung machen, du brauchst halt eine lange Gerade, ja, und dann kannst du eigentlich loslegen, so, Insorik, 5000 Euro, wir haben noch einen Maha LPS 3000, da können wir immer messen, ja, auch wenn es schneit, aber, jetzt heutzutage, wenn jetzt heute einer anfängt mit Chip Tuning, ja, wer zum Geier investiert noch 100.000 Euro in einen Prüfstand, ja, kein Mensch, ja, ich habe damals, ich habe 2011, habe ich den Prüfstand gekauft, ja, das Ding hat gekostet, glaube ich, 80 netto oder sowas, ich habe da ein bisschen Rabatt gekriegt, ja, aber trotzdem, 80.000 Euro, ja, heute würde kein Tuner das investieren, weil man sich halt nicht sicher ist, wie wird es anlaufen, wenn du halt eine neue Firma gründest, ja, von daher, eine sehr gute Alternative des Insorik, man kann messen, man kann genau messen, wie gesagt, die Bedienung muss halt perfekt sein, man muss immer wiegen, ja, da gibt es auch Wagen dazu, von Insorik, die könnt ihr dort auch kaufen, Radlastwaage, wo man alles machen kann, und ich finde das Ding top, ja, da gehört ja eigentlich auch nicht viel dazu, ja, ich habe jetzt zum Beispiel hier, da mache ich praktisch den Durchmesser vom Rad, ja, brauchst du alles nachher für die Auswertung, und das ist das kleine Ding, wird in die Mitte von der Radnabe geklebt, ja, und dann kannst du das anmachen, losfahren, Bedienerfreundlichkeit, sehr toll gemacht, am Anfang, ich weiß noch, am Anfang, wo das ins Insorik rauskam, wo ich das genommen habe, war es immer so, du musstest immer die Übersetzung angeben, ja, also die Übersetzung vom Auto, damit du das richtige Ergebnis hast, das haben die jetzt echt clever geil gelöst, weil jetzt gehst du einfach auf den höchsten Punkt, wo du dann, bevor du ausrollst, klickst da drauf, gibst dann da die Drehzahl ein, welche Drehzahl es hat, und anhand von der Drehzahl, rechnet dann automatisch dann die Übersetzung um. Ich zeige euch das mal, oder ich stecke es mal an, dass ihr das mal seht, wie das so ausschaut. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Messung von einem Audi RS3, ja, die ich hier gespeichert habe, und ihr seht, wenn ihr das anschließt, das Insorik, das dreht sich ja, und das zeichnet dann immer auf, und man sieht ja hier den Hügel, dann weiß ich, okay, hier wurde die Messung gemacht, ja, dann kann ich das hier ranzoomen, kann das hier alles größer machen, ja, und jetzt ist es so, wichtig ist halt der Raddurchmesser, der eingegeben wird, dann das Gesamtgewicht ist auch sehr entscheidend, der Luftdruck und die Temperatur, ja, dann kann ich hier eingeben, meine Notizen, was zum Beispiel gemacht ist, da schreibt man Serie rein, in welchem Gang gemessen ist, dann habe ich hier meinen Motortyp, das ist auch für die Umrechnung sehr wichtig, ich habe einen Benzin-Turbo, Fahrzeugtyp normal, Sportgelände normal, dann habe ich Doppelkupplung, und Allrad-Abbaujahr 2005, so, jetzt will ich ja die Übersetzung wissen, ja, dass meine Drehzahl ja passt, weil ich habe ja hier die Motorendrehzahl auf der Skala, dann klicke ich hier auf V-Markierung, gehe hier an meinen höchsten Punkt, ja, da drücke ich drauf, und gebe hier praktisch meine Höchstdrehzahl ein, und ich weiß, RS3, Höchstdrehzahl, 6800 Umdrehungen, beziehungsweise 7 kannst du da eingeben, weil die eigentlich ein bisschen drüber gehen, so, dann hast du hier den Beschleunigungsbereich, ich sehe, okay, wir fangen hier an zu beschleunigen, mache ich, klicke ich drauf, ziehe die Linie hoch, bis zum Ende, klicke wieder drauf, dann habe ich meinen Beschleunigungsbereich, wie ihr seht, ich habe die V-Markierung angegeben, und der hat automatisch eine Übersetzung von 4,15 eingetragen, dann habe ich hier meinen Rollbereich, der fängt hier an, und da rolle ich bis hier, zack, und wie ich sehe, habe ich eine Leistung jetzt bei dem, RS3 gemessen von 378,8 PS, ja, 378,8 PS, und 492 Newtonmeter, also, dann gehst du hier weiter, kannst du PDF drucken, und, dann sieht es nämlich so aus, als PDF, ja, kannst dein Logo einpflegen, deine Daten, und hast es einfach als Diagramm, deine Leistungsangaben, und alles, also ist wirklich, wie, wie ein, wie ein normaler Rollenprüfstand, so, was eigentlich rauskommt, der Vorteil ist, hier bei Minzorik, wenn du jetzt ein Porsche hast, oder sowas, oder Autos, die hinten die Kühlung haben, wo hinten Luft brauchen, egal, egal welchen Prüfstand ich nehme, egal wie viel Luft ich reinblase, du kriegst nie die Bedingungen, die du auf der Straße hast, ja, das heißt, auf der Straße, ist immer alles echt, deine Kühlung passt, schaffst du, egal, also, ich habe ein Gebläse, für mein Macher, habe ich ein Gebläse, das hat einen Durchmesser von, glaube, Radial von Zielerbeck, und das Ding macht 160.000 Kubik Luft in der Stunde, also, was würde das sein, je nachdem, was für ein Auslass, bis zu 140 kmh simuliert das Ding, ja, ist schon echt viel, ja, wichtig ist auch, natürlich, auf dem Rollenprüfstand, dass die Luft von außen angesaugt wird, du brauchst ja Frischluft, es bringt mir nichts, wenn ich die Luft im Raum aufs Auto blase, das gegen das Auto knallt, meistens mit einem Radialverdichter, ja, und dann dreht sich der Scheiß im Kreis, und meine Ansaugluft geht hoch, bei einem Turboauto, ist die Temperatur sehr entscheidend, ja, und ihr wisst, wenn ich dann mehr Druck fahre, geht auch dementsprechend die Ansaugluft hoch, wenn die Ansaugluft hoch geht, und ich nicht richtig runterkühlen kann, dann habe ich ein schlechtes Ergebnis, auf der Straße, passiert mir sowas nicht, da habe ich immer ein gutes Ergebnis, ja, oder halt natürlich, auf dem Rollenprüfstand, mit dementsprechend Gebläse, mit Frischluft, dann kannst du einen Turbomotor auch 10 Mal hintereinander jagen, und du hast 10 Mal das gleiche Ergebnis, erst dann weißt du, dass es richtig funktioniert, ja, somit habe ich euch jetzt viel erzählt, mein Fazit zu dem, wenn einer Chip-Tuning anfangen möchte, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt neu anfangen müsste, würde ich mir kaufen, das ist ein SORIC, würde ich mir kaufen, erst mal den Autotuner, ja, und das Draggy, Draggy natürlich, um Zeiten zu messen, von 0,100, 100, 200, so, alles, was man halt machen möchte, und die drei Sachen würden zusammen kosten, Autotuner als Slave 3 netto, plus das SORIC 3 netto, 6 netto, Draggy kostet 100 Euro, dann bist du da mit 6.000 Euro netto eigentlich startklar, kannst loslegen, wie gesagt, weil du auch natürlich die Fehler lesen und löschen kannst, mit dem Autotuner, wenn einer ein bisschen professioneller auftreten möchte, würde ich mir natürlich noch so ein Outtel oder einen Launch dazu holen, da kommst du nochmal, also ich sag mal, im Groben und Ganzen, um richtig anzufangen, um wirklich alles zu haben, weil du brauchst ja noch einen Ständer, kein Ständer jetzt in der Hose, du brauchst einen Ständer, meistens auch gerade für Boot, dass du die Pins reinlegen kannst und alles, dann bist du, also, mit einer Investition, sag ich mal, von 10.000 Euro netto, kannst du richtig loslegen und 95% der Autos abdecken. Mein Fazit und natürlich, die ganzen Master, die ich hier habe, kann man auch natürlich die ganzen Slaves auch bei mir kaufen, ja, ist alles kein Thema und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, meldet euch einfach, ja, schreibt mir drunter, ruft einfach mal an, wenn ihr Fragen habt, also ich bin nicht so, der irgendwelche Geheimnisse hat, wenn jemand von euch eine Hilfestellung braucht, wo sagt, hey, ich mache die und die Autos, was ist am besten für ein Gerät, ich holen soll, dann kann ich euch da auch helfen. In diesem Sinne, wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Informationen gegeben, wie ihr anfangen könnt und wie gesagt, haltet die Ohren steig.